Ohhhh Respekt! Na sing sie doch mal! Ich glaube ich kann das nicht im Ansatz so gut wie sie davon, sie sind aber auch so richtig aktiv. Sie brauchen nur ihren eigenen Ton zu sehen. Jetzt einen Ton machen! Oh, ein bisschen voller. Ein bisschen voller. Was heißt voller? Ja, Mund ein bisschen. Das ist kräftig. Oh, ein bisschen voller. Wie nennen wir uns denn, wenn wir aufklicken? Dass ich heute noch singen würde, hätte ich nicht geglaubt. Aber so ist es eben, wenn der Zufall bestimmt, dass es nach Leltendorf geht.